Dann fangen wir doch mal mit Ihrem Namen an. 47 Ich weiß, Sie haben keinen Grund, mir zu vertrauen, aber Sie sind in Gefahr. Lauf! Verlust, verlust, verlust! Achtung! Wissen Sie, warum Sie noch am Leben sind? Weil ich beschlossen habe, Sie nicht zu töten. Aber die werden es tun. Wir stammen aus demselben Programm. Die wollen an unsere DNA. Schnelligkeit. Intelligenz. Stärke. Sie sind der Schlüssel zu allem. Raus, hier! Ich werde dieses Programm vernichten. Ich erfülle stets meine Aufträge. Ich werde dieses Programm vernichten.